Die Prinzessin von Wales bereitet sich in ihren neuen Memoaren auf den Bombeneinschlag ihrer Schwägerin vor, der die königliche Familie erschüttern soll, aber ein königlicher Experte sagt, sie werde sich nicht wehren. Prinzessin Kate ist in ihren neuen Memoaren auf noch mehr Bombeneinschläge von Meghan Markle vorbereitet. Aber sie wird sich nicht wehren, behauptete ein königlicher Experte. Gerüchten zufolge schreibt die Herzogin von Sussex ihre eigene Autobiografie. Meghans Schritt wurde als »riesiger Geldgewinner« bezeichnet, während Experten sagten, das Buch werde »eindrucksvoller« sein als »Harrys Spare« des Prinzen, da es viele Details darüber enthalten soll, wie »schlecht« sie als Königin behandelt wurde. Und jetzt schlug ein königlicher Experte vor, dass die Prinzessin von Wales im neuen Buch am meisten ins Visier genommen werden würde. Der königliche Kommentator Phil Dumpier sagte, Meghans Buch werde sich besser verkaufen als das von Harry und bezeichnete es als »ideale Gelegenheit«, für sie, darüber zu sprechen, was mit ihr passiert ist, als sie Harry traf, sich verliebte, der berühmtesten Familie der Welt beitrat und sie dann verließ. Der Experte fügte hinzu, dass Prinzessin Kate zwar in der Schusslinie stehe, sie aber auf die Enthüllungen nicht »zurückschlagen« werde. Dumpier erklärte gegenüber der Sun. Jeder wird fasziniert sein, Meghans Einstellung zu ihrer Beziehung zu Kate zu hören, egal, ob sie ihr von Anfang an feindselig gegenüberstand oder sie willkommen hieß. Sie wird wahrscheinlich über Vergleiche sprechen, die in der Presse zwischen ihnen gemacht wurden, und wird bitter rüberkommen.